Nun, liebe Freunde, ist das Jahr fast vorbei. Wie immer ist die Zeit viel zu schnell vorbeigegangen, doch ich denke, wir schauen auf ein interessantes Jahr zurück. Sowohl in meinem privaten Leben, als auch hier im Bereich der Videos. So war das Jahr 2014 geprägt von Spielen, die wir bereits 2013 begonnen haben. Die notwendige Änderung des Upload-Systems sorgte dafür, dass nicht mehr so viele Spiele gleichzeitig gespielt wurden. Leider zum Leidwesen von einigen anderen Spielen, die bis heute nicht mehr drankamen. Doch ich gehe davon aus, dass wir bereits im nächsten Frühjahr mit allen Spielen durch sind und wir wieder jede Menge Platz für neue Spiele haben. Das Jahr war auch geprägt von einigen Fehlschlägen. So hatte die Aufnahme mit The Forest nicht wirklich funktioniert. Schade eigentlich, denn Spaß hatte ich auf jeden Fall dabei. Auch Final Fantasy läuft nicht wirklich. Nicht, weil es mir nicht gefällt, sondern eher deshalb, weil ich nicht genug Zeit für alles habe und die Zeit, die ich habe, für meine anderen festen Projekte nutzen möchte. Aber ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mit euch über das vergangene oder das nächste Jahr philosophieren. Ich will euch nur mitteilen, dass ihr die nächsten Tage zum Erholen und Abschalten nutzen solltet. Genau das mache ich nämlich auch. Einfach mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Ich denke, mit meinem normalen Programm wird es am Wochenende weitergehen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ich wünsche euch, dass ihr euch jetzt auch noch eins. Ich wünsche euch, dass ihr euch auch noch malen Programmiert. Weil ich jetzt auch noch mal ein paar Jahre. Und ich wünsche euch, dass ihr euch auch noch mal ein paar Tage zum Erholen bei den U-Musann-Göten Manners und Dr. Eich, dass ihr euch überrascht und Und ihr euch über den U-Musann auch noch ausgedruckt nachzudenken. Und wir sehen uns auch noch mal in den nächsten Tagen übersehen. Und ich wünsche euch, dass ihr euch weitere Fragen zu mir die Frage auf ihr und